Was zum? Batman, sicher kommt der. Na, ich wette, Freeze hat ihn erwischt. Der steckt längst in nem Eiswürfel. Ich? Wo zum Teufel ist er hin? Enttäuscht mich nicht, Jams! Solltet ihr's doch tun, muss ich euch aufhalten! Jetzt kommt nicht nach Warn an mir vorbei! Entschuldigung! 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 Muss ich hier denn wirklich alles alleine machen? Ich wollte doch nur, dass ihr diesen bescheuerten Batman aufhaltet! Ich konnte ihm eine Spritze mit meinem Blut in den Nacken rammen und ich bin halb tot. Was ist los mit euch? Hälte Kameraausfall in Sektor 4. Ich werde jetzt mal erklären, wie es aussieht. Der Joker gewinnt. Du und dein Boss wirken. Ich sage nichts! Es ist Batman! Bitte! Hol mich hier runter! Hilf mir bitte! Hilf mir bitte! Ah! Ich habe mich ins Kamerasystem des Rats gehackt. Die Ratsmitglieder kommen zurück. Sie sehen nicht sehr glücklich aus. Sie sagen Strange, dass Sie von ihm sehr enttäuscht sind und nie gedacht hätten, dass Protokoll 10 irgendwann aktiviert werden müsste. Aber Sie haben ihm die Erlaubnis dazu gegeben, oder? Guten Abend. Protokoll 10 tritt in 30 Minuten in Kraft. Jeder hat für diesen Fall besondere Befehle erhalten. Sie sind zu befolgen. Brauchst du immer noch eine Antwort? Ruf, das gefällt mir nicht. Sei vorsichtig. Ruf, das gefällt mir nicht. Ruf, das gefällt mir nicht. Das war's für heute. Oh Gott, du bist es! Tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Klingt, als würde Joker versuchen, mich mit Minen zu stoppen. Funktioniert das? Sehe ich besorgt aus? Besorgt? Nein. Krank? Sehr. Du siehst schrecklich aus. Machen Sie sich keine Sorgen. Gehen Sie zurück in Ihr Versteck. Ich kümmere mich um die Minen. Echt lustig, Mann. Dieser Kerl trägt eine Miene mit Annäherungszünder. Nicht! Ich meine, sieh mich doch an! Ich bin heiß! Was ist mit Jay? Er sieht besser aus, oder? Ist ein verdammtes Wunder! Gestern sah er noch beschissen aus und heute... Der echte Joker ist zurück! Gott sei Dank, Mann. Ich mein, wer bitteschön will Harley als Boss? Jetzt mal unter uns. Die ist doch noch irrer als er. Oh, Mr. Jay! Bitte tu mir noch mehr weh! Okay, mein Schatz. Kümmer du dich doch schon mal um Batman, während ich meine Tollkühle fluchtplade. Ihr solltet hoffen, dass sie das nicht gehört haben. Genug von dem Mist. Seht gut, dass ihr die Minen legt. Hey, Bats! Hörst du mich? Wenn ja, dann verrat meinen Jungs, wo du steckst! Hilf ihnen dabei, es kurz zu machen! Schön, dass Joker sich wieder besser anhört. Dachte, er würde ins Gras beißen. Irgendjemand fehlt da drin! Bist du das? Tut, was Joker sagt! Ich pass hier! Ihr schreit da! Hier, hier! Da oben ist jemand! Er hat echt die Wahrheit gesagt! Geh rüber und sieh nach, wenn er schreit! Da oben hängt einer fest! Kommt hier rüber! Hä? Er kam von hier drüben, ganz sicher! Wo zum Teufel bist du? Ich hab noch einen gefunden! Nicht du auch noch! Was ist passiert? Wach auf! Komm! Wie macht er das nur? Was ist hier los? Lass ihn! Wir müssen uns jetzt um wichtigere Dinge kümmern! Was ist los? Zu viel Schiss, um dich zu zeigen? Kommt mir nicht so nah! Keine Bewegung! Keine Bewegung! Nun, das war eine schreckliche Enttäuschung, nicht wahr? Aber sehen wir's mal positiv! Mir geht das schon besser! Was ist mit euch? Protokoll 10 wird in 20 Minuten in Kraft! Ich höre dich, Kumpel! Wie läuft's denn so bei euch? Ist alles okay! Bin in Position! Der Raum ist vermied und wenn ich Batman sehe... Bumm! Hoffen wir's! Es sieht aus, als würde die Junker sich auf einen Krieg vorbereiten! Wenn Batman tot ist, gewinnt ihr ihn vielleicht sogar! Ich weiß jetzt, wie wir Batman besiegen können! Ihr benutzt diese Wasserspeier, richtig? Ich muss sie einfach nur kaputt machen! Bumm! Batman ist auf dem Boden und ich jage ihm eine Kumpel in den Schädel! Klapp! Das bescheiden will ihr so! Ich will auch da runterkommen und mich ein bisschen mit der Reiche amüsieren! In die Reihe! Ich nehme die Maske! Du kannst haben, was für mich bleibt! Ich nehme die Maske! Komisch! Die Mine ist sicher kaputt! Wenn ich Batman erstmal sehe, ist er so gut wie erledigt! Ich bin Batman! Ich bin Batman! Ich bin Batman! Wen haben wir denn da? Was willst du, B-Man? Noch ein bisschen mit dem Finger in der Wunde bohren? Nur zu, mir egal. Ich werde dir gar nichts sagen. Ich sage dir nicht mal, dass Joker den ganzen Mist, den er Freeze abgenommen hat, im Kesselraum eingeschlossen hat. Wage es ja nicht! Wage es ja nicht! Wage es ja nicht! Habt ihr diesem Protokoll 10 Mist gehört, von dem Strange ständig labert? Was seid ihr bloß für ein Problem? Weil ihr nicht sogar derjenige, von dem wir die Knarren haben? Ja, dachte, der will, dass Joker gewinnt. Dachte ich auch, aber wäre das nicht irgendwie verrückt. Wer gibt Milliarden für ein Gefängnis aus, um dann überall da drin Knarren zu verteilen? Guter Einwand. Du darfst mich nicht mehr gestalten. In Deckung, es ist Batman! Protokoll 10 tritt in 10 Minuten in Kraft. Wo ist es? Manieren sind wichtig, Batman. Es schadet nie, bitte zu sagen. Ich meine, wenn du so dringend geheilt werden willst, dann sag doch was! Ich muss dir wohl etwas Respekt beibringen. Du kannst mir gar nichts beibringen, Joker. Oh, komm schon! Im Leben lernt man ständig etwas dazu. Heute, Lektion 1, den Arsch vor Soh zu bekommen. Es gibt Haue! Nur du und ich, Batman. Zeig mal, was du kannst. Bitte, aufhören! Ich kann nicht mehr! Hast gewonnen! Hast mich besiegt! Sekunde, sagte ich. Mich? Ich meinte mich? Und diese Jungs? Erinnerst du dich an Mr. Abraubisch? Keine Sorge, Batman. Er ist so gut wie armlos. Das... kapiert? Aufhören Sie! Oh, Batman. Das wird langweilig. Vielleicht nehmen wir das Zitatfeuer in die Sache. Den Arke-Skitty wirst du kapieren. Du hast überhaupt keine Chance. Und nach wirst du sterben. Der Arke-Skitty wirst du kapieren. Der Arke-Skitty wirst du kapieren. Noch einen letzten Wunsch? Wie wär's mit nem Witz? Wie wär's mit nem Handel? Lass ihn los. Nimm mich an seiner Stelle. Tja, ich bin hier für die Witze zuständig. Talia, was soll das? Ich repräsentiere den großen Ras Al Ghul. Kopf des Dämons und Herr über die League of Assassins. Tja, wie schön für dich. Lass Batman frei. Und wir geben dir das Geheimnis der Unsterblichkeit. Tu es nicht, Talia. Dann kann ihn keiner aufhalten. Was? Das heißt, sie sagt die Wahrheit? Unsterblich? Sind wir im Geschäft? Nein! Ach, Hals, Maul! Ja! Nach dir. Teuerste. Wir gaben dir diese Chance, Batman. Jetzt folge deinem Herzen. War's das jetzt, Ivy? Wie ich bereits sagte, das mit den Blumen war nicht meine Schuld. Du weißt es, ich weiß es. Du hättest sie gießen sollen. Du hast gesagt, du würdest sie gießen. Jetzt ist nur noch eine übrig und Strange hat sie in seinem Tresorraum eingeschlossen. Also wenn das so ist, wie wär's mit einem Geschäft? Ich muss in den Tresorraum und ich glaube, du könntest mir dabei helfen. Wenn du mir hilfst, reinzukommen, hol ich deine Pflanze. Abgemacht? Ich sollte dich töten. Gut. Kein Kuss? Ich bin irgendwie enttäuscht. Raus! Sofort! Sofort! Du increased sch giust. Du hast schon skirtern. cuz da ich ents wisely hab. About sagen. Du bist so schön dringend. Und ich kann neu versen. Du�� bist du mit dem... Und es ist apparatus? Du bist Aunt. Du bist um bist da. Kein Problem. Du bist� nossas denn? Du bist du vors Estoy mens lactiert, Du bist da. Okay. Das sieht nicht gut aus, oder? Nein. Anscheinend sind Jokers Männer auf der Suche nach Mr. Freeze. Wahrscheinlich. Ich wusste nicht mal, dass er hier ist. Ich auch nicht. Ich hab gelesen, dass er alles seiner Frau zuliebe tat. Hier muss irgendwas Schlimmes zurück durch sein. Dass ich nicht lache. Ich war mal Buchhalter und jetzt noch mal dich in irgendwo sichern. Angeblich ist Batman auch krank, genau wie Joker. Einer von den Jungs hat ihn vorhin gesehen. Sein Gesicht sah voll scheiße aus. Batman? Glaubt ihr, es ist ansteckend? Werden wir das jetzt auch bekommen? Sobald lässt kann ich es mir nicht vorstellen. Seht ihr sicher? Sieht auch nicht gerade gut aus. Mir geht's bestens. Ich hab schon immer so ausgesehen. Thomas sagt gerne, das würde mich einzigartig machen. Meldung machen. Tiger-Zentrale, wir sind in Sektor 2. Wir werden angegriffen. Der Tresorraum wurde beschädigt. Wir vermuten, dass Poison Ivy hinter dem Angriff steckt. Ende. Bestätigt, Tiger 87. Position halten und dass weitere Befehle warten. Ende. Bestätigt. Er richtet an den Schutzbereich. Sichert den Eingang. Sektor 3. Da sind Ivys Ranken. Und da ist das Lager. Gute Arbeit, Rotschopf. Zeit, da reinzugehen. Okay, da ist der Tresorraum. Sieht nach einem Standard-3-Karten-Sicherheitsprotokoll aus. Also wirklich, wieso lernen diese Leute nie was dazu? Hoffentlich verbergen sich die Schlüssel tief in den Taschen dieser Tigerwachen. Ich muss schnell und möglichst unsichtbar sein. Eine falsche Bewegung springen die Sicherheitssysteme an und der Tresorraum verriegelt sich. Dauerhaft. Protokoll 10 tritt in 10 Minuten in Kraft. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!